Willkommen zu einer neuen Folge WER WÜRDE EHR! Viel komischer war, wie das Ganze heute angefangen hat, nämlich genau so. Flauschi, 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 Flauschi! Flauschi, hörst du mich nicht, Flauschi? Flauschi, oh Mann ey! Handy wird noch sehen, Flauschi! Hast du Lust mit mir? Der würde eher aufnehmen, das wäre richtig krass. Wir hätten voll viel Spaß, wir würden voll krasse Sachen erfahren über den anderen und richtig viel Spaß haben. Denn wir machen heute das Format WER WÜRDE EHR! Wir haben nämlich hier so Schilder, das heißt Candy und Flauschi. Und wir werden uns nach und nach Fragen stellen, WER WÜRDE EHR zum Beispiel ein Like auf dem Video da lassen? Ihr! Ihr! Lasst ein Like da! Die erste Frage lautet, WER WÜRDE EHR einem Kind das Eis klauen? Oha! Lass mich kurz überlegen! Drei, zwei, eins! Hä? Warum ich? Warum ich? Ich bin die netteste Person aus der ganzen Welt! Ich esse nicht mal Eis! Doch, so ist Eis! Okay, äh, unentschieden! Okay. Zweite Frage! Wer würde eher eine Karriere am Ballermann starten? Oh, Pink, 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 Pink! Pink? Pink, Pink! Never right! Pink! Okay, Candy, drei! Drei, zwei, eins! Jaaaa! Jaaaa! Creeper! Wie macht ein Creeper? Er sprengt mein Haus! Das war auf jeden Fall sehr krass! Aber die nächste Frage lautet, WER könnte länger und besser in Reimen sprechen? Äh... Äh... Das ist ganz schön schwer! Ähm, ich finde keine Antwort, oh yeah! Drei, zwei, eins! Nein! Hä? Warum ich? Das hast du vorhin im Auto gemacht! Du würdest das einfach machen, weil du bist immer so... Du bist so ein Freak auch im Reelife! Ich bin ganz anders im Reelife! Ich hab Anzug gemacht! Du hast vorhin im Auto gemacht! Du hast Fake-This-Jack-Spiel gemacht! Jaaaa, guuuuut! Kenn ich auf jeden Fall! Jaaaa, okay! Na gut, na gut! Schreibt gerne eure, WER würde eher Fragen in die Kommentare! Und nachdem ihr ein Like da gelassen habt! Und ein Abo! Okay, die nächste Frage! Wer würde eher dem anderen die Minecraft-Base zerstören? Oh! Alter! Das machst du nicht! Wer? Und wer gewinnt, der muss das machen! Der muss dem anderen das zerstören, okay? Bitte nicht! Okay! Außerdem haben wir aktuell eine eigene Zusammen-Base! Gar nicht! Wer würde eher... Jemand dem anderen! Also würde ich eher dir und du eher mir! Okay! Drei! Zwei! Zwei! Eins! Ja! Ah! Nein, ich! Nein, ich! Nein, bitte nicht! Bitte, lass meine Base heilen, bitte! Okay! Okay, Leute, Glück gehabt! Aber dafür müsst ihr ein Like da lassen! Ja, wie oft denn noch?! Ich hab ne Frage, Candy! Okay! Wer würde eher paragliden? Hä? Okay, okay! Okay! Drei! Zwei! Eins! Flauschi, weil ich hab's schon gemacht! Vier in der Einblendung! Die hat's wirklich geschafft! Leute, sie hat es geschafft! Das war ne krasse Einblendung! Voll krass, wie du da runter bist! Okay, weiter geht's! Wer würde eher in den Alpha-Clan von Alpha-Stein gehen? Hohohoho! Hohohoho! So! Ob Sie ganz krass fragen... Ich muss erstmal überlegen! Wer würde eher in den Alpha-Clan gehen? Ah, Flauschi oder ich? Meist ja, nicht? Drei, zwei, eins. Niemand. Ja, niemand. Ja, ich hatte die Säme. Nein. Säme hier. Okay, weiter geht's. Das waren schon krasse Fragen, aber jetzt kommen die richtig heftigen Fragen. Bist du ready? Ich bin bereit. Wer würde eher, wenn er es müsste, mit Minecraft aufhören und nie wieder Minecraft spielen? Okay. Nie wieder. Bist du bereit? Ja. Ich bin auch drei, zwei, eins. Hä, du? Ich habe noch nie irgendwas anderes außer Minecraft. Ich liebe Minecraft. Ich denke an Minecraft, wenn ich einschlafe und das erstes, wenn ich aufstehe. Ich mag Minecraft sogar mehr, als ich dich mag. Was lässt du morgen hoch? Das hier. Danach den Tag. Weiß ich nicht. Das andere ist wahrscheinlich kein Minecraft, sage ich dir ehrlich. Sie hat das sogar überhört. Schreibt in die Kommentare, was ich gerade gesagt habe. Okay, gute Frage. Jetzt geht es weiter zur nächsten. Okay, Flauschi hat eine Frage. Dann stellen wir deine Frage. Ich bin sehr gespannt, was das für eine Frage sein wird. Wer würde eher sterben, weil er doof mit einer Elytra gegen eine Wand fliegt? In Minecraft. Ich dachte in real life. Okay, in Minecraft, okay. Drei, zwei, eins. Ja, wahrscheinlich schon. Was? Das war die Frage? Ja. Okay, toll. Tolle Frage, toll. Okay. Wer würde eher in Minecraft ohne Cheats in einer Survival-Welt überleben? Du kennst das doch. Man hat so am Ende des Jahres nochmal zwei Wochen mit Kollegen, wo man Minecraft... Ja. Warte mal, die YouTuber-Insel. Hä? Aber ohne... Wir cheaten ja nicht. Aber, Flauschi, du weißt noch von damals, wer könnte ohne Cheats den Enderdrachen besiegen? Wow! Ich glaube, wir wissen alle die Antwort. Okay, Ken. Okay. Dann könnte das eher... Okay, okay. Ja, ja. Ja, ja, okay, okay. Also, ich überlege... Drei. Oh, okay. Zwei. Eins! Ehrlich! Ich bin besser als du! Ich guck den ganzen Tag, was die GAG... Ich guck den ganzen Tag mich selber! Dreh deine Kelle um. So? Ja. Sehr so, wir sind uns einig. Okay. Okay. Wer kann besser bauen in Minecraft? Wer ist kreativer, baut die krasse Sachen, sehen schöner... aus? Und wer ist besser am Bauen? Okay. Drei, zwei, ein! Kenny, nein! Das stimmt nicht! Na klar! Leute, schreibt es in die Kommentare, das stimmt nicht! Safe! Ich habe jedes Baubattle bisher gewonnen. Du hast noch nie irgendein Baubattle gewonnen. Ja gut, aber es kommt noch. Ich lerne. Ich bin deine Kelle um. Danke. Okay. Wer kann besser mit Redstone in Minecraft um? Das sind alles Minecraft-Fragen. Leute, wir haben kein Leben. Bitte helft uns! Wir kennen uns nur mit Minecraft aus. Wer kann besser mit Redstone umgehen? Okay. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Aber du darfst nicht vergessen, ich spiele seit 10 Jahren Minecraft. Ich bin Redstone-Profi. Okay. Okay. So, okay. Und ich bin richtig gut in Redstone. Hast du eine Antwort? Okay. Drei, zwei, eins! Ja! 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 Boom! Ja! Wer könnte eher in einer Minecraft-Hardcore-Welt überleben, ohne zu sterben? Und da muss man natürlich mitbedenken, wer stirbt oft blöd? Also durch doofe Entscheidungen und Zufälle. Ja. Drei, zwei, eins! Hä? Warum du? Warum ich? Ja genau, warum du? Warum du? Weil ich nicht unnötig sterbe. Also wir können jetzt bei YouTuber-Insel gucken, wer öfter gestorben ist. Das hast du ganz sicher, du. Nein, hundertprozentig nicht. Ich habe erst zwei, drei, vier Tore. Ich habe erst zehn oder so. Das ist ja auch kein Unterschied. Okay, Leute, ihr sagt es in den Kommentaren. Äh, yeah. Okay, und ich kann euch mal was zeigen. Und zwar mache ich alle Fragen gerade mit ChatGPT. Ich habe nämlich hier mit AI geschrieben, ich brauche Minecraft. Wer würde eher fragen? Sieht man das da? Ist das jetzt Werbung? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich wollte nur sagen, dass diese Folge von AI gesponsert ist. Hä, hä, yeah. Jetzt kommen ein paar Fragen, die nichts mehr mit Minecraft zu tun haben, sondern mit dem Zusammenleben zwischen dir und mir. Das ist ganz schlimm. Okay, Leute. Wer würde sich nach einem Streit eher als erstes entschuldigen? Okay. Okay. Drei. Okay. Zwei. Nee, lass mich doch überlegen. Lass mich überlegen! Chill doch mal. Wer würde sich eher entschuldigen? Aber wir streiten eigentlich gar nicht. Ja, nee. Okay, wer würde sich entschuldigen? Ja, ich habe eine Antwort. Okay, gibt es eine falsche Antwort? Nein. Okay, drei, zwei, eins. Kenny, du hast es gemacht, ich habe auch nie Entschuldigungen von dir gehört. Du sagst immer, sag Entschuldigung und dann sage ich Entschuldigung. Das stimmt. Sag Entschuldigung. Aber auf Minecraft sogar bezogen, da entschuldigst du dich nie. Dreh das um. Okay. Denn da bin immer ich, der sich entschuldigen muss. Okay, nächste Frage. Wer würde eher eine krasse Überraschung für den jeweils anderen vorbereiten? Gute Frage, gute Frage. Gibt da auch eine richtige Antwort? Hat hier jetzt gleich ein Hund reinspaziert? Nee. Okay, eine Überraschung für den anderen. Ja. Drei, zwei, eins! Candy! Ich habe eine Überraschung. Ja, ja. Du hast eine Überraschung. Ich habe eine Überraschung nämlich einmal gehabt. Und zwar habe ich dir mal Wasser über den Kopf gekippt. Weißt du noch? Hier eine Einblendung. Was ist das? Hä? Ja, du hast gewonnen! Ja, die hat einfach gekippt. Pah, du hast immer einen Kopf bekommen. Und du hast mich Paragliding geschenkt. Hier eine Einblendung. Oh, oh. Oh mein Gott. Lauf! Boah, krass Paragliding, ey. Geil. Warte, irgendwie waren das immer nur negative Überraschungen. Wir machen weiter. Wer kann besser kochen? Das, ne, nicht wer es öfter macht, sondern wer besser kochen kann, wenn er es möchte. Wenn er es möchte. Wenn er es möchte. Will ich nochmal? Du würdest gerne beantworten, aber du hast noch nie gekocht. Ja. Du hast einmal eine Kürbissuppe gemacht, die noch nichts geschickt hat. Das war Style, das hast du gemacht, das hast du gemacht! Du! Du! Okay, drei, zwei, eins! Klauschi! Fair, faire Antwort, okay. Wer kann besser mit Geld umgehen? Uhuhuhu! Okay, bist du ready? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins? Äh... Was ist passiert? Warum bist du beim... Auch nix. Hast du irgendwas gekauft? Nein. Okay, na gut, okay. Glaube ich nicht. Äh, gut, okay, weiter geht's. Jetzt kommen ganz krasse Fragen. Wer ist lustiger? Uhuhuhu! Das ist eine kritische Frage. Wer muss dann sagen? Realife oder online? Realife. Ich muss sagen, Realife bist du sogar lustiger. Du zeigst das online gar nicht, aber ich sag euch ehrlich, Realife ist flauschi so lustig. Aber, äh, wer ist lustiger auf YouTube? Okay. Okay, bist du ready? Ja. Drei, zwei... Äh, drei, zwei, eins! Häh, ich bin lustiger! Nein. Natürlich! Nein. Na klar! Mach jetzt was Lustiges! Drei, zwei, eins! Das ist nicht lustig. Mach was Lustiges! Drei, zwei... Mach, mach, mach! Das ist genau... Okay. Okay, Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Yeah! Da ist kurz der Akku leer gegangen. Jetzt geht's aber weiter und zwar die nächste Frage. Noch ein paar YouTube-Fragen. Wer ist zuverlässiger? Also wenn man sagt, ey, sei um 11 Uhr da, wir müssen aufnehmen. Ja. Wer ist dann wirklich vor Ort und da um 11 Uhr? Wer ist zuverlässiger? So, okay. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin auch ready. Drei, zwei, eins! Hä? Wie oft hast du schon mal... Jeder Livestream am Wochenende, du verschläfst. Jeden Livestream. In feiner Fall ist die Uhrzeit. Ich bin immer der Erste, der online ist. Ja, aber das hat ja nichts mit Zuverlässigkeit zu tun. Wie oft hast du schon eine Ben-Aufnahme verpasst? Das war nur bei Ben, ich schwör wirklich. Nur bei Ben. Frag Max, frag Stani, frag alle. Ich bin immer pünktlich, aber irgendwie nur bei Dr. Banks bin ich nicht pünktlich. Und ich bin immer pünktlich. Sorry, Ben, Grüße, sorry. Grüßchen. Wer wird zuerst eine Million Abos bekommen? Okay. Pink? Pink? Netherite. Netherite. Pink? Ja. Netherite. Ja! Okay. Okay, drei, zwei, eins. Ja! Hä? Ich gönne es dir. Flauschi, ich glaube, du kriegst zuerst die eine Million, weil ich es dir vom Herzen gönne. Ich glaube, du kriegst... Leute, bitte lass Flauschi ein Abo da. Lass mich nicht so ab. Du kriegst erst... Lass dir ein Abo da. ...eine Million. Weil... Ja? Du hast viel früher angefangen als ich. Du hast ja schon viel mehr. Ja, früher. Du hast dreimal so viele Abos wie ich. Ja, aber du kannst mich ja trotzdem überholen. Ich gönne es dir vom Herzen. Ich kann nicht überholen. Ich werde dich glatt machen. Hey, Leute, bitte lass dir... Oh, lass dir bitte kein Abo da. Hä? Nein. Schon heiß hier. Oh, das ist echt nicht so fächern. Okay, weiter geht's. Jetzt ein paar Fragen zu unserem Haushalt. Wer ist, sagen wir mal, sauberer? Okay. Wer ist sauberer? Ja. Leute, jetzt bin ich gespannt. Also jetzt, wer hat zum Beispiel sein eigenes Zimmer sauberer als der jeweils andere? Fragen wir uns mal, warum wir in deinem Zimmer aufnehmen. Drei, zwei, eins. Ja, ist fair. Dein Zimmer ist immer so unaufgeräumt. Das ist so schlimm, Leute. Wirklich. Deswegen nehmen wir jetzt hier bei mir auf. Wie findet ihr das Zimmer? Wir haben eigentlich gar nichts dazu gesagt. Leute. Ja, ja. Hier einmal Applaus für diesen Gaming-Room hier im Hintergrund. Ja. Eine ganze Room-Tour wird auf jeden Fall irgendwann noch folgen. Lasst bis jetzt schon mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das feiert und so weiter. Und wir machen weiter mit den nächsten Fragen. Wer muss immer das letzte Wort haben? Gute Frage. Gute Frage. Wer muss immer noch mal, wenn eine andere schon weggeht, sagen, na, 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 so und so? Wer muss das eigentlich sagen? Hä? Was? Was ist das? Hä? Okay, ready? Drei, zwei, eins. Niemand. Klauschi. Hä? Nein, niemand. Doch, ich habe immer das letzte Wort. Das stimmt nicht. Ich habe die Hosen hier an Candy. Das stimmt nicht. Doch. Okay, das stimmt. Schleid das raus, bitte. Ich habe eine Frage. Ja? Wer würde eher eine Crepe-Teig-Verpackung aufkriegen? Was heißt das? Oh nein! Nicht einblenden! Nicht einblenden! Das geht nicht auf! Es geht nicht auf! Candy, komm, lass mich mal. Es geht nicht auf, Lauschi. Auch du wirst es nicht schaffen. Es geht nicht auf. Dankeschön! Oh Mann, jetzt habt ihr es gesehen, ey. Ich glaube, es wurde eingeblendet. Der beste Clip von 2023. Das war der witzigste Clip 2023, ja, muss man ehrlich sagen. Okay, jetzt haben wir ein paar YouTube-Fragen. Oh, oh. Wer würde länger streamen? Erstmal die erste Frage, ganz schnell, 3 zu 1. Hä? Ich habe so Bock auf einen 24-Stunden-Stream. Ja, okay, reden kann jeder. Ich habe einen 14-Stunden-Stream mit Stani gemacht. Da habe ich noch gar kein YouTube gemacht. Ich habe 5 Stunden alleine gestern gestreamt, vorgestern für euch. Ja, also, kannst du feiern, kannst du offline gehen. Weiter geht's. Wer würde aber eher länger YouTube gucken? Wer würde, oder sagen wir mal generell, wer verbringt mehr Zeit am Handy, ob es jetzt Shorts sind? Wir können gleich unsere Bildschirmzeiten vergleichen. Ja, okay, komm, wir vergleichen unsere Bildschirmzeiten. Ah, nee, erst mal sagen wir, erst mal, was denkst du, okay? Also seid ihr ready? 3, 2, 1. Lauschi. Okay, aber lass trotzdem vergleichen. Bildschirmzeit, wo sieht man das denn? Den Einstellerin. Ja, okay, wir checken das aus. Bildschirmzeit. Von gestern, wir machen von gestern. Wie sehe ich das? Was ist das? Ich habe es aus, glaube ich. Nein, das können wir nicht ausmachen. Wo sieht das bei dir anders aus? Das ist bei mir gar nicht an. Oh, du hast es aus. Ich habe es nie angemacht, ich bin aber nicht so oft am Handy. Ich hatte gestern 5 Stunden 52. Leute, geht mir raus, schaut ein Candy und ein Flausche-Video am Tag. Und dann, oh mein Gott, was? Bro, sieht man das? TikTok 2 Stunden. Das sind 500 Videos. Leute, schaut ein Candy und ein Flausche-Video am Tag. Und dann macht die Kiste aus. Geht raus, ihr kriegt rechteckige Augen. Sagt meine Mama. Grüße. Wer, und jetzt wird es wirklich krass bei der Frage. Wer hat mehr Spaß an YouTube? Oh, Flauschi. Wer hat mehr Spaß? 3, 2, 1. Beide. Flauschi. Warum du? Ich mache 6 Videos, ich mache 1 Song, ich mache 6 Shorts, ich mache einen Vlog. Was mache ich noch alles machen? YouTube ist mein Leben, da ist mein Playbutton. Wo ist deiner? Wo ist deiner? Im Treppenhaus, das ihn jeder sieht, weil ich so stolz auf meinen Kanal bin. Aber ich glaube, wir haben beide gleich viel Spaß. Yeah, yeah, yeah. Wer würde, wichtige Frage, sich eher zeigen? Okay. Schwierige Frage, Leute, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Bist du bereit? Das können wir danach begründen. Okay, okay, bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Warum? Weiß ich nicht, weil ich das nicht will. Ja, das ist die Antwort. Und du? Warum du? Ich weiß nicht, ich fände es klappen ganz cool. Ich muss dir aber ehrlich sagen, Flauschi, zeig dich lieber nicht. Zeig du euch lieber nicht. Oh, ich will es. Zeig dich lieber nicht, Flauschi, werden dich alle deabonnieren, lass das bitte. Okay, nächste Frage. Ich werde schon mal so rumlaufen. Warte, lass mal ein Thumbnail noch schnell machen. Warte, warte, so. Yeah. So, ja. Ja, geil. Ja, damit da Licht ist. Ja. Okay, passt. Wer würde eher anfangen, komplett neuen Content zu machen? Von heute auf morgen, boom, aufhören mit Gaming. Nur noch so Reisevlogs um die Welt machen oder was gar, oder kochen oder irgendwas ganz anderes. Wer würde das eher machen? 3, 2, überlegst du noch? Ich überlege noch. Okay, überleg noch mal. Wer würde eher komplett noch mal was Neues versuchen? Okay, 3, 2, 1. Bei Gewändern, glaube ich. Nee, ich glaube, ich habe meins gefunden. Ich sage dir ehrlich, ich mache schon so viel. Ich glaube, ich bin da echt angekommen, wo ich hin will. Ich glaube, wenn, dann würde ich nur einen Zweitkanal machen, wo ich was anderes machen möchte. Oh, auch stark, auch stark. Also, ich muss euch ehrlich sagen, Leute, ich bin da angekommen, wo ich hin will. Musik, Shorts, Gaming, alles. Mit iCrymax, mit Stani, mit all meinen Freunden zusammen. Leute, liebe auf jeden Fall an all meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und auch Dank an Flauschi. Oh, gerne. Du weißt ja, wir beide machen ja auch hier und da mal Musik. Ja. Okay, wer würde eher ein Konzert veranstalten? Puh, und wer würde eher hingehen? Ich hoffe ja, ihr, aber okay, wer würde eher eins veranstalten? 3, 2, 1. Beide natürlich. Ich bin viel zu schüchtern, aus der Bühne zu stehen, glaube ich. Okay, und jetzt seht ihr Pink. Meine Freunde sind da, was für ein wundervoller Start in meinem allerersten Jahr. Ich trage Pink jeden Tag und meine Freunde sind da, was für ein wundervoller Start in meinem allerersten Jahr. Boah, das war ja richtig krass. Flauschi, du bist ein Naturtalent. Das sah so cool aus. Flauschi, Flauschi. 3, 2, 1. Zusammen. Nein, das zusammen. Wir können das zusammen machen. Aber wo? Leute, heute um 12 Uhr. Nein, schade. Ja, ich würde das machen, warum nicht? Tut doch nicht weh. Also, ich würde das machen, Leute. Wenn wir vielleicht nächstes Jahr auf der Gamescom sind, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht sieht man sich ja mal. Wer interagiert mehr mit seinem Chat im Livestream? Auch wichtige Frage. Wer interagiert mehr mit seinem Chat? Hab ich ja schon die Antwort. Wirklich, ja? Ich muss sagen, ich hab deine Streams nicht so verfolgt. Aber du bist immer sehr ruhig, also ruhiger, würde ich sagen. Deswegen 3, 2, 1. Flauschi, ich mute mich immer. Ich rede so oft mit meinem Chat. Wirklich? Ich rede immer so mit meinem Chat. Immer hier, Martin, danke für 1 Euro. Maxi, danke für dritten Monat. Weißt du, warum ich mich genommen hab? Weil ich schreibe immer in deinem Chat und die Hälfte siehst du überhaupt nicht. Obwohl ich einen blauen Namen hab. Was? Du schreibst in meinen Chat? Ja. Ich hab dich blockiert. Spaß, weiter geht's. Wer würde eher ein krasses Auto für dieses Video jetzt machen? 3, 2, 1, du. Handys. Nein, du musst. Schnick, schnack, schnuck. Wer ein krasses Auto machen muss. Schnick, schnack, schnack. Nee, nee, nee. Ja, du musst. Drei Runden, meine ich. Oh nein, das machst du immer so. Och Mann, ey. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier vorne findet ihr noch ein Video, das euch interessieren könnte. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich würde sagen, das war's gewesen. Wir sehen uns. Ciao mit dem. Psschuh. 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 Vielen Dank.